Zur Lecksuche und Überwachung enger Räume und Schächte benötigen Sie hochempfindliche Messtechnik, die unterschiedlichste Gefahren sicher aufspürt. Ein echtes Multitalent ist das neue Mehrgasmessgerät DREGA XRM 8000. Ausgestattet mit leistungsfähigen PID-Sensoren, detektiert es bis zu sieben toxische sowie brennbare Gase, Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig. Dabei können Sie jederzeit zwischen Pumpenbetrieb und Diffusionsbetrieb wechseln. Mit Hilfe der intelligenten Assistenzfunktionen des XRM 8000 lassen sich Freigabemessungen zudem einfach und sicher durchführen. Die drahtlose Dokumentation von Messwerten per App beschleunigt zudem den Freigabeprozess und spart Ihnen somit Zeit und Geld. Eine weitere nützliche Funktion ist die Stoßerkennung. Sie zeigt dem Gerätewatt an, wenn während der Nutzung zum Beispiel heftige Stöße aufgetreten sind. Dann kann eine Überprüfung und Justage des Gerätes vorgenommen werden. So unterstützt das XRM 8000 Ihren gesamten Prozess. Von der Messung über die Dokumentation bis hin zur Wartung. Freie Messen und Arbeitsplatzüberwachung einfach und komfortabel möglich. Mit dem neuen Mehrgasmessgerät Drega XRM 8000.